Red Hamstar Red Hamstar Red Hamstar Red Hamstar Red Hamstar Ihr seid hier bei Red Hamstar Red Hamstar Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hamstargequatsch Dings mit Ente Hi Und wir schauen jetzt ein super mega Professionell aufgenommenes Let's play Shogaya Halo 4 Folge Folge Oh, ich hab ein bisschen gespuckt Ja, ich weiß nicht, ist das HD? Ne, noch nicht, ich glaube, hat man nicht Verarbeitet, aber das ist egal, für die Zuschauer Wird es später HD sein Okay, komm, jetzt können wir Auf 1, 2, 2 1 So, wir nehmen jetzt voll professionell Let's test auf von Halo Acht? Vier Ja, genau, neun Es ist frisch rausgekommen Sogar Schreibfehler Ja Boah Überbelichtung FTF Wir spielen hier zu dritt Mit meinen zwei kleinen Geschwistern A drücken A drücken Sekunde 25 Ja, wie gesagt voll professionell A Also sind doch alle über 18 Ja Jetzt A drücken Ja, hab ich Und jetzt? Gleich Das ist die zweite Runde für mich Halt die Klappe Wie gesagt, professionelle Handykamera Jetzt drück A Ich denke, Gronkh macht das auch so Du musst deins jetzt nehmen Ach scheiße Jetzt hab ich voll die Kack Waffen Also wir haben es noch nie gespielt Aber Gronkh nimmt ja auch mit Handykamera auf Soweit ich weiß, ne? Macht doch jeder so Das ist ja alles so ne Ja, sowieso Ich weiß noch nicht, wie der das so grad halten kann Vielleicht nimmst du noch mit so'n Handy rum Ja, genau Ich laufe auch Der hat bestimmt einen Stenser Aaaaaah Ja Ich verbinde dich Ich hätte mir gesagt, ich hatte da keinen Stenser in meinen Staschhaus Ja Ich hab da nicht nur früh Vor allem singt ihr die ganze Zeit Martin Lass mich mal alles anzubaggern Wer backert wen an? Mein Bruder mich Hüsterisch arbeitet Du bist Wo bin ich? Rechts Rechts Ich bin Oh, dann Rutsch mal Monkey ist oben Mein größter ist mein kleiner Bruder Ich bin rechts unten Und meine Schwester Die ist Unten links Unten links Irgendwo anders Ein Panzer bitte Erster Ja, Melena ist tot Was? So ne Scheisse 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 Da kommt Teams Oho Ich guck Wo Alter Bäm, 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 Bäm Er musst du auf der Leise zu machen Wurst du? Ich hör dich nicht mehr Ich bin tot, Alter Wer soll ich? Oh Mann Sag mal hier Sag mal hier Ah cool Das finde ich gut Das finde ich gut Das finde ich gut Oh, das finde ich auch gut Wo sind sie denn? Guck mal, ich messer dich Ach kacke Das war doch Das war doch doch Shit Ja, Corbin Respawn, Mann Ist der Panzer kaputt? Keine Ahnung Achso, das war ich Ich bin rauch Ich hab Schlagsäcke gespielt Ich hab Schlagsäcke gespielt Ich bin fäckig tot Kacke Lena Rüte ich sagen, zwar Panzerfaust O Kreiman W Hast du tot? Double kill Ja wie fliegt man den? Mein erstes Mal遵stag denn Flieger fliege Da fliegen Fliegenость Ihhh quantify Krüppjer Nein Fieiste hier uncertainty Hier gucke da hä tolerate deine waffe Wow und du lebst dann auch noch das trifft also ich finde das ding zum ersten mal ja klar hier doch vorher auf mich aber auch bei den hat so wie eine starke er wird auf einmal aus feindfreundeten ja du hast du auch jetzt reichen die mini die nicht teamplay hier teamplay nicht gibt es nicht du meinig ich fahre Dominic hör auf dein teamplay zu machen hier kriegst du voll auf die Fremse die gewinnt doch die ganze zeit Das ist doch gar nicht toll. Oh Mann. Komm schon. Was? Das war zu alter. Ich denkst du immer schreien. Ja Mann, das Lenkung ist doch kacke. Bam. Ja, genau. Fick dich. Länge, Länge, sei her. Komm, schütze. Komm, schütze. Ey, megaprofessionell. Ich hab nur gesehen. Kann nur noch besser werden. Also die Originalfolge gibt es nur noch für TGP. Nein, nein. Ich fahre in meine Richtung. Möp, Möp. Möp, Möp. Ich glaube, es ist ein bisschen Zeitpunkt, das macht sonst. Ich sehe es nicht, wir kommen noch früher. Nein, 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 nein. Ja, ist gut. Das muss ja auch trotzdem immer noch, mein Möp, Möp, muss immer noch bei dir ankommen. Ja. Fick dich. Komm. Nimm das so Arsch. Der Arschluck, ey. Der Arschluck, ey. Wo schummel ich denn bitte mal? Ich fühle es bis jetzt zu weit ein Mal. Na gut, ich hab's zu heiligabend. Ey, ich komme nach dem Jahr. Erz 215, Melina kann ich nicht sehen. Ach doch, da steht er. Der kommt doch auch schnell wieder. Ja, der kommt gut, ja. Wo seid ihr? Was jetzt? Nee, schade. Guck mal, was ich in der Hand tue. Melina, nicht Melina. Ich bin Patty. Ist mir doch egal. Na, Melina, so scheiße. Ja, ist mir doch scheißegal, genau. Ich bin doch scheißegal. Aber wie sie auch ragen kann, ist der Ohrhammer. Hä? Ach, Kinder, ja. Wieder von hinten. Boah, ey. So knapp. Und... Und... Reingetroffen. Wuhu. 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 Bäm's. Ohne zu zielen. Echt? Ja. Ja, klar ist der aus. Fick dich, du's. Toll. BANG. So. Ich hab dich auch getroffen. Ja, ja. Nicht nur spiel, aber... Welches? Nee, gib's mir. Bäm, umgefallen. Bäm, umgefallen. Bäm, umgefallen. Gerade aus, rechts, links. Achter! Nein, bitte nicht! Doch! Nachladen, 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 nachladen! Nachladen! Bäm! 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 Wo ist das Auto hin? Keine Ahnung, Mann! Melina, hast du das auch kaputt gemacht? Nein! Ich hab schon Auto geklaut, Mann! Knack, 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 knack! Nein! So zwei Sachen, mit denen man den Panzer kaputt machen kann. Du hast das eigentlich kaputt gemacht. Nein! Ich hab einen Baum, ich hab nen Busch im... Gesicht! Du hast dein Butsch im Gesicht. Wie groß ist denn dein Butsch? Groß, glaub mir. Überbuche dein ganzes Gesicht. Oh, da war jemand. Haben sie noch das? Ich bin so gespannt am Kuchen. Er schießt auf mich. Schießt bald auf. Auf, Fetty. Fickt euch. Ich komme nicht raus. Ey, jetzt kippe ich den Panzer. Oh, da bin ich auch nicht. Oh, die Kamera bewegt sich. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Perfekt geparkt. Hallo. Gas. Achso, jetzt ist auch ein Beifahrersitz. Nein. Das passiert mir aber nicht nur einmal. Das passiert mir fast jedes Mal, wenn ich dem Ding zu steigen möchte. Findet Nemo. Findet Nemo. Das ist doch mein Fahrersitz. Der ist ja voll bekloppt, ey. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Bein auf. Bein auf. Oh, kacke. Ich werd auch die MG. Was tut der? Böse. 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 Das klingt ja schon fast süß. Fast. Ohne fast. Warte mal. Das ist ja hinten. Ich weiß nicht wo du bist. Ich will eine Voodoo-Puppe haben. Die kurzen Voodoo-Puppe haben. Ja. Nicht verwechseln mit den anderen Puppen. Ach, du meinst das ja größere Voodoo-Puppen. Ja. Oh ja. Oh ja. So einer hat sie gemacht. Ja. Ja. Die wilde Hilde. Nee, die wilde Hilde. Fax. Ja. Oh ja. So einer. Tschüss, Becky. Nein, 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 nein. Guck mal. Ja! Du bist tot. Ja, du bist tot. Uch. Ey. Du bist eine gute Schwanze. Ich bin ja mehr Autos guter als das andere. Boah, nee, nee, na. Nicht springen. Du bist einspring. Bist du tot? Ich doch nicht. Bäm. 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 Kann man das noch benutzen? Bäm. Machen wir hier! Bäm. Bäm. Oh Mann! Bäm. 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 Ist ganz böse. Bäm. Kann ich da sitzen? Nein... Bäm. Oh Mann! Oh Mann! Lalalalalala Du hast deine Wahl, oder? Ich? Nö, zu planen. Ich weiß es nicht. Und gebessert. Hä? Ich hab doch irgendwie gebessert ihn. Nein, das war echt nicht. Oh ja, du Arschi, du. Du Arschi. Du hast geforts zu forts gerade. Ist sie gut? Ich hab Garten. Das ist rot finde, hallo? Das soll ich nie tun. Nein, die ist nicht gut. Du musst sie zurücklegen. Ich tötte sie. Ich beeile dich. Wie wirft man Granaten? Mit schlinkel Schultertasse. Wo seid ihr? Ich bin auf jeden Fall nicht hinter dir. Wenn ich mal so gut im Blacklight wäre. Raub sie. Voll drauf. Wir haben Panzer, du hast was abgeknallt. Hä? Alle drei tot. Leck mich am Arsch, Alter. Du bist neun. Ähm, 19. Jugendschutz. Ja! Gagagugu. Soll ich das Ängchen noch ein bisschen Bröt? Brot geben? Nein. Nein. Äh-äh-äh! Ja! Druck da mal Schlagen. Schlagen! Schlagen! Ah-äh! Schlagen, neue Taste. Da gehts. Komm da mal zu mir. Oh nein, die fallen da so. Nicht sprinten! Wer? Meine Waffe! Oh mein Gott! Hast du das gesehen? Nein, noch mal. Sieht ihr nicht. Ah! Folge den Strahl! Von mir kommt man nichts von rechts! Wo soll ich sie erst? Ich hätte ehrlich gesagt Mämms von mir, weil ich hab den Chainedun. Milena hat Panzerfaust. Viele gute Mämms von Milena. Was? Oh ja. Ist die Blut? Auf! Klaumus! Ja! Dominik ist tot! Sehr schön. Das ist ein Panzer aus dem Stein. Genau, Spaßbremse. Ich! Ja, mit deinem Schild, da komm ich doch eh nicht gegen an. Du hast genau das gleiche. Oh! Hey, ne Waffe! Ah, ich hab nen Dummel! Guck mal! Was hast du? Was hier? Was hast du? Du hast überhaupt nichts. Wenn du stirbst, du's mal ist schon drin. Dann kannst du ja Klassen... Ja, hab ich das nicht mehr. Man merkt überhaupt nicht, dass ich neu bin im Spiel. Das war auch wirklich die zweite Runde, die ich je gespielt hab. Ja, der ist viel interessanter. Der stirbt noch viel öfter. Ich war doch auch Star Wars! Star Wars! Star Wars! Star Wars! Ja, richtig! Du versteckst mich auch auf kein bisschen! Nö, wieso auch? Du willst mich rausziehen können! Ich sterbe eh! Du willst mich rausziehen können! Die Runde geht noch! Acht Minuten! Oh! Oh! Scheiß Stein! Ich glaub, das heißt... Nein, nein, nein! Ab, 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 ab! Oh, sie ist gut! Uah! Der will mein eigener Granaten haben! Der Nachteil ist, wenn... du bist also der obere sich umdrehen dann hören wir nicht mehr weil ich sterbe hey mach ich nicht naja ich hab dich auch gewinnen lassen Dominik führt mit 400 Punkten ich weiß das nicht von vorne ich finde die Dinger cool ich finde die Kletter besser mit den Kletter besser mit den Kameraden ich finde ein Fahrzeuger ich finde Kanzer der hat ein Panzer Panzer und BAM wow ey das war der geilste Kletterrunde die hat einfach nur so bei Hinschdruck ab aber wo war er nochmal da war er und zweite weg gut zwei weg fehlt noch zwei oh das war so cool hey drück x wo fährst du lang? fährst du heute nicht wie bei Pocka? haha ich hab heute einen anderen Kurs können wir Bäume umfahren? ne geht doch nicht ne ne wo seid denn ihr? keine Ahnung ja du nicht du ist ein Arsch das war das war scheiße oh man das war mal die Straße Tenten fährt was bumm oh das ist gesporn kabumm hallo begrüße sie nö nein 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 lass mich in Ruhe ja ich begrüße sie ja ich schloss noch ein Video mit doch ich brauche ich jetzt was oh Tarnlaser Lena warte bleib verstehen ich geh hinten drauf ne dem würde ich nicht vertrauen Lena das ist eine Waffe ich hab Angst bei denen das ist ein Laser BAM wie oft? viermal toll ja tot reinrollen ja kommst du? ja da Lena ich weiß dass eine Wohokram ist BAM wegen das da achso kacke nein 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 raus hier raus hier raus das ist einer meine Äste nein ich hab dich gleich die sind alle drei alle drei oh man ich hab ihn eben geklemmt ich hab ihn eben geklemmt meine Kamera ist verrutscht ich weiß gar nicht wie Gronkh das macht dass seine Kamera immer genau auf dem Bildschirm zeigt jetzt schaust du definitiv nicht mehr genau auf dem Bildschirm das hab ich ja gar nicht gesehen da stand ein Bücher vor ich hab mir ein paar Mal sagen ich freu dich ach du scheiße Lena auf Dominik eins zwei drei los ok er flieg grad los wo ist er hin? er ist hinten rum äh ich bin das jetzt gleich wo ich hinter mir komme ja 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 ich würd sagen das bringen wir immer samstags oder? auf den TGPK boah ey rauf mir denn rauf mir denn rauf mir auf mich für ihn äh ok so jetzt natürlich kommt doch immer dann ab und an ich bin doch in der Ruhe das ist einfach nur so hey das ist schon wieder geil das ist intelligent was ist denn 5 mal 4? äh 20 äh 20 äh 20 äh 20 5 mal ja stimmt passt äh äh 6 mal 5 weiß grad nicht 30 richtig du hast auch ne Mathe oder was? das war fies es geht eben nicht so ne Scheiße auf welchem Bildschirm brauchst du dann meistens? ich guck eigentlich immer 3 abwechsel das ist jetzt eigentlich aussteigbar da meine Lieblingswaffe ist die Xbox das aber interessanteste ist meine und Dominik sein warum warum nicht rum? nein jetzt hast du meine Lieblingswaffe ich freu mich schon was denn das? weh schieß damit nicht ich guck mich schon auf damit auch zu fies ach bist du ach bist du ach bist du ach bist du hier ach wie cool jetzt bringe ich dich jetzt ehrlich oh nee oh nee du bist doch scheiße nein ich bin dein Bruder aber das kommt doch selber raus ach ey Lena ich bin hinter dir ich hab dich irgendwo gesehen ja wollen wir Teamplay machen? ja nö also so Runde die gehen einfach so lange wenn du die spielst man kann bis zu 60 Minuten spielen eine Runde krass pfff huiii huiii manni fahr doch halt mal bitte ein halt mal bitte ein halt mal bitte ein lass dich ja los komm her ich lass dich drauf ich lass dich drauf ich treff dich nicht ach so du Arloch Baum. Nein, da sind zwei rausgedacht. Guck mal, wie schnell die fliegen. Ich hab auch kummern Leben. Man merkt, dass ihr verwandt seid. Mensch, lass mich doch mal laden. Oh, drei Loops und einer Xbox. Kommt nichts Gutes daraus. Na, Dominik nicht mehr so ein Loops ist in dem Spiel. Er hat das schon auf der Schwierigkeitsstücke durchgespielt. Was? Das liegt auf jeden Fall auf dem Kopf. Was? Nö. Doch, erster. Nein, ich raus. Ja, top. Du hast selber gesprengt. Er hat gegen die Wand geschossen. Ich lass euch mal kämpfen. Ich versteck mich immer so. Das ist auch gut. Sie macht Sneaky Action. Oh, Granate geworfen. Schau mal so. Ja, ja. Mach mal. Oh, was ist denn das denn? Ähm, ähm, warme Kamera. Auf, fertig! Tod ist er. Hey, so langt du auch nicht. Hey, so langt du auch nicht. Hey, so langt du auch nicht. Boah, komm mal. Wenn ich mich nicht bewege, dann lad das mal nach. Hallo, wir brauchen Ausrüstung wechseln. Töt mich mal bitte wer. Töt mich mal bitte wer. Ich brauche Ausrüstung wechseln. Was? Ich laufe rum. Toll. Okay. Willst du ihr noch noch ne Runde oder? Reichtestens. Gucken. Gucken wir doch. Gucken wir doch. Gucken wir doch. Weißt ihr noch ne gute Farte wird. Gucken wir doch. Hat sie Tü-Tü gesagt? Mit dem Roboter? Ja, mit dem Roboter. Ich glaube. Ey ich hab den Schüssel gesehen. Ich möchte da hin. Kopf das, Kopf das, Kopf das, Kopf das, Kopf das. Kopf das. Kopp das. Kopp das. Lena, 225. Das ist weggewollt. Ist ja klar, ne? Ach ja, ich bin ja. Mein Flugzeug ist da. Oh, oh, jetzt ritter durch seinen Flieger. Du hast gerade einmal einen Flugzeug vorbei gerannt, ne? Echt, komm, okay. Das Ding ist so böse. Ja, ich weiß. Fliegeteil oder was? Ja. Das ist der Panzer, die bürdesten Waffen. Kann man auch sein lassen, ne? Ein. Zwei. Ja, zweiter Platz. Yippie. Immerhin. Erste Folge Ende, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ja. Noch mal welche Fragen? Oh mein Gott. Nope. Aber... Witzig. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut, das war's noch schon wieder. Okay. Tschüss. Fertige Folge. Tschüss. Tschüss. So? Hallo, Aufnahme. Hallo, Aufnahme. Fitness! Vielleicht. Ja. Professionelles Let's Test auch nehmen. Zu dem professionellsten Video ever. Ja. Das zweite war's noch besser. Weil ich die Kamera nicht fest installieren kann, rutscht die immer hin und her. Na, ich spoil da nicht. Spoiler! Nein, ich nehme meine Pinzette und zieh mir weiter Brust daraus. Oh nein, Alter! Oh nein, freilige Frau! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das hat sogar weh! Okay, die dünnen tun mehr weh als die dicken. Wo sind die dicken? Und da! Ja, aber die dicken eh wahrscheinlich schon demnächst ausfallen würden. Ja, aber sie kriegen Kinder und werden noch die gar nicht. So, können anfangen. Was? Ja, dann wachsen da wachsende so Zweige und Blätter dran, weißt du. Was? Ich muss mal gucken, ob das jetzt nicht tut. Nimm dir nur den TS-Sound drauf. Ey! Ey, Shibu hat meinen DJ geklaut! So ne Sauerei! Warte, ich will das mal besser quali- Alter 84. Egal, ich lad mir das ihr später runter. Ach du Scheiß. Ja, ja, ja. Warte, ich muss gucken. Ich bin bei Sekunde Null. Ja, da bleibt er auch mal. Ja, ja. Ich hab doch noch kein Problem, ich hab hier meine Videodatei. Ich hab nix geschnitten, ja? Ich hab die so hoch beladen, wie sie war. Alter! Fresse! Was denn? Nein, mein Handy. Nein, mein Handy. 193, äh, Nachrichten. So. Warte. Das ist dann. Das ist dann. Was? So. Das ist dann.